Achtung, ich bitte um eure vollste Aufmerksamkeit. Liebe Schülerinnen und Schüler, soeben ging eine anonyme Drohung ein, in der es heißt, dass jeder Schüler, der heute sein Klassenzimmer verlässt, umgehend stirbt. Miriam, kannst du dich bitte prügen? Miriam, kannst gleich rausgehen. Aber das können sie doch nicht machen. Miriam, genug ist genug. Kannst du jetzt bitte den Raum verlassen? Wir bleiben jetzt erst mal alle ganz ruhig. Sie ist tot! Mir konnte es nur passieren! Ja, wahrscheinlich ist sie gestorben. Das ist euer neuer Mitschüler, Richard Florian. Beruhigst du dich? Ich hab Florian! 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 Du hörst jetzt alle klar, Verstärm! Ja, von euch! Hallo! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020